So Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und endlich zu dem Kanal-Trailer. Passend zum ersten Dezember-Türchen, hier wird jetzt auf dem Kanal täglich ein neues Video kommen, ein digitaler Adventskalender, wie die Jahre davor auch. Dass die ganzen Leute, wo jetzt neu sind, sozusagen auch mal einen Einblick haben, um was es hier in dem Kanal geht, habe ich euch gefragt. Und ich würde einfach sagen, dass die Fragezeichen bei euch erlischen und ihr klar wisst, um was es hier geht und auf was ihr euch hier einlasst, dazu heute in dem Video mehr. Genau Leute, also, bei meinem Kanal-Namen steckt ja schon meine zwei Hauptzäulen drin, nämlich einmal die Fittiche, aber natürlich auch die Wirbellosen. Mit natürlich der Hauptzäule bei den Wirbellosen, meine Schaben, die in der Wirbellosen-Teil bei mir die größte Rolle einnehmen und am faszinierendsten sind. Natürlich sind die ganzen anderen Arten, wo ich habe, also Gruppen, auch sehr faszinierend und keineswegs außer Acht zu lassen und werden ja genauso auch auf meinem Kanal behandelt. Aber die Liebe zu Schaben ist einfach bei mir auf diesem Kanal ja auch, denke ich, zu spüren. Und deswegen werdet ihr viel über Schaben lernen und sozusagen die Vorurteile dadurch beiseite legen können und auch vielleicht die Faszination für Schaben erwecken. Wer natürlich aber auch meine Videos gesehen hat, weiß natürlich auch, dass auf diesem Kanal auch mal lustig zugehen kann. Zum Beispiel, das haben mir viele auch geschrieben, das Dschungel-Video. Solche Videos werden in Zukunft auch kommen. Also ihr müsst auf jeden Fall auch gut Humor haben, dass ihr jedes Video sozusagen dann auch mit verfolgen wollt und sozusagen auch dabei seid. Eine weitere Sache, was natürlich auch alle von euch geschrieben haben und das natürlich auch beim Kanal Zillich und Wirbellose immer im Vordergrund steht, das Tierwohl. Und das ist auch eine der Hauptsachen, warum ich die Videos mache, dass ich mit euch meine Haltungssachen teile. Natürlich ist kein Mensch perfekt, genauso wenig ich. Und ich bin auch immer offen für Neues. Und dieser Kanal ist sozusagen auch ein stetiger Austausch zwischen euch und mir und dass wir sozusagen gemeinsam sozusagen die Tierhaltung für die Tiere sozusagen verbessern können und dadurch auch das Tierwohl im Vordergrund steht. Hier der Kanal Zillich und Wirbellose steht auch immer für Veränderung. Wer schon von Anfang an dabei ist bei den Vlogs und alles Mögliche, seht ja immer, dass sich bei mir was tut. Also meine Tierhaltung und auch meine Gehege und alles verändern sich immer für das Tier und dass es noch besser wird. Es ist sozusagen nie ein Endlevel erreicht. Ich schaue immer, dass es der Sinn, dass es den Tieren noch besser geht. Weil man kann immer nochmal was verändern oder man lernt was Neues dazu und dafür steht auch dieser Kanal hier. Da in einem Vlog nehme ich euch mit und zeige euch, was ich neues baue, wie neue Bauprojekte, wie nächster Zeit auch kommen werden. Genauso steht dieser Kanal ja auch für viele neue Projekte und ist sozusagen erst der Anfang. Es wird noch einiges Neues passieren oder Veränderungen kommen, wo dann vielleicht auf diesem Kanal von Anfang an, wenn ihr dabei seid, mehr als spannend ist. In dem Sinne würde ich einfach sagen, das wäre jetzt so ein kleiner Einblick. Natürlich gibt es noch vieles, vieles mehr, wo ihr in den Videos erfahren werdet. Klickt euch einfach gerne mal durch, da habt ihr da einen guten Einblick drüber und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Zum stücklichen Video-Belosen-Adventskalender noch für euch alle. Es wird dann sozusagen so sein, dass am Ende dieses Kalenders wieder, wo sie sagen, täglich einen Kommentar geschrieben habt, kommt sozusagen mit in den Loskopf und ihr könnt tolle Preise gewinnen, die ich im Laufe des Kalenders euch dann noch erzählen werde, was ihr so alles gewinnen könnt. Unter anderem Einkaufsgutscheine, einen Tag bei mir, mit Verflügung und alles und ich zeige euch meine ganze Tierwelt und ihr dürft ihr alle mal kennenlernen. Seid gespannt und ich sage bis morgen, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.